Ich habe den Modus noch nie gespielt, ich weiß nur, dass man mit seinen Waffen spawnt. Bounty sehr wichtig. Okay, können wir den holen? Nee. Ah, der wurde aber geholt. Assist bekommen. Ey, wie weit Spawn die weg ist, ne? Crazy. Ist da unten einer? Ja, da unten ist einer. Und tschüss. Er hat eine Claymo hingelegt, was ein Keck. Ach, hier war noch einer drin. Ich verstehe das. Ich verstehe gar nichts mehr. Er hat sich gerade selber in die Luft gesprungen. Hallo? Können wir darüber reden, bitte? Oh, Hardliner, sehr schön. Ich würde sagen, ich habe meine Drohne. Dann gehen wir ein paar Leute jagen. Ich höre schnell auf das Bounty. Oh, da hinten ist er. Puschen den Netz. Ja, er ist immer noch da oben drauf. Jemand anderes beschießt ihn. Bro. Ich schieße mit Raketenwerfer. Das ist ein richtig mieser. Oh, wir haben echt viel Geld. Schauen wir mal Panzerplatten. Drohne. Ah, er ist runtergegangen. Sagt mir nicht, er hat Geist. Doch, er hat Geist. Deswegen hat er auch einen Raketenwerfer gehabt. Hahaha. Er hat einen Geist gespielt. Er hat zwei Waffen, Raketenwerfer. Seht ihr das? Und Sniper? Ja, ich weiß, das war eine SDG. Aber es sah aus wie ein Sniper. Nicht böse sein. Hä, ist er bescheuert? Der Typ ist da unten drin. Hä? Oder die Zone kommt. Und er bleibt einfach hoffen. Also, ey, ich hab gedacht, der ist abkarrt, weil der war nicht abkarrt, der bin ich halt wirklich abgämt. Haben wir Autos hier? Ne, haben wir auch nicht. Lol, da oben ist einfach einer. Okay. Das spielen wir alle Geist hier. Und schreibt Meter in dem Modus. Die Sache ist, schließe ich jetzt die ganze Zeit der Kreise oder würde auch irgendwann mal stehen bleiben? Das würde ich mir einfach mal interessieren. Oh, wir schießen welche. Schauen wir mal die Drohne an. Hier hinter uns sind es zwei noch. Würde ich liebend gerne abfangen. Und weg mit dir. Und auch weg mit dir. Boah, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man hier in diesem Mosman-Klan am Rand der Saun bleiben. Da hinten ist ein Bumper. Nein, 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 Bro, bitte. Wo sind wir gestorben? Da hinten. Den Typen hole ich mir jetzt. Okay, da ist er. Und weg mit dir. So ein Idiot. So ein Klepp, dass er mich angeschossen hat. Den Typen ähm ich da vorne ab. Und weg mit dir. Ich kaufe mir nochmal ein Prezi und eine Gasmaske. Ein bisschen dieses kleine Swat schon rein. Weg mit dir. Okay, wir haben 14 Kills. Das reicht es schon zu. Und noch sieben Gegner. Eigentlich mal so schlecht, würde ich mal sagen. Ohne an. Verbindete Aufklärung ist online. Ohne beginnt über. Oh, ich komme nicht hoch. Nur noch fünf übrig. Oder mein Herz. Ohne Treibstoff aufgebracht. Rückkehr zum Aufsatz. Auch so richtig krass. Das scheint noch einer zu sein. Elf Leute schauen mir zu. Ja, moin. Und gewonnen. Easy. Boah, das war eine krasse Runde. Elf Leute haben mir zugeschaut. 16 Kills. Und gewonnen. Beste Leben. Guck mal, mein Herz. Mein Herz pocht so richtig krass gerade. Ich schwöre es euch. Richtig krass. GG, guys. GG, guys. Nice. 16 Kills. 5.400 Schaden. Schaden ist relativ wenig für die Kills, muss ich sagen. Schaden ist relativ wenig für die Kills, muss ich sagen.